Die Challenge bei BEDO wird Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp! Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer Lieblings-Challenge bei BEDO. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Michael. Ja, wir spielen heute Wer ist es? Das ist ein Bilderquiz. Wer ist es? Genau, ein Bilderquiz. Also nicht Wer ist es, sondern Wer ist es? Und ihr bekommt gleich auf diesem Bildschirm prominente Menschen eingeblendet, die allerdings verpixelt sind. Wer direkt weiß, wer es ist, drückt auf den Buzzer. Bei richtiger Antwort erhält derjenige einen Punkt, bei falscher Antwort erhält der Gegner einen Punkt. Okay, alles klar. Habt ihr noch Fragen? Nee? Dann fangen wir einfach mal an. Ja, ja. Super. Dann kommt hier das erste Bild. Mr. BEDO. Mr. Stefan Rapp. Auflösung. Korrekt. Ein Punkt für dich. So, dann kommt hier das nächste Bild. Auf geht's. Kennst du das? Ich drehe gerade meinen Kopf mit. Was ist denn das? Ähm, äh, Cardiomilz. Ja, das läuft ja weiter. Aber es war noch nicht ganz aufgelöst, deswegen würde ich sagen, zweiter Punkt. Achso, Cardiomilz oder nicht? Das ist korrekt, genau. Alles gut. Das ist korrekt. Wie läuft es? Guck mal. Letzte Woche war mein Untergang. So, Michael. Lauf schon? Jetzt hau mal rein. Äh, DJ Anton. Was? Niemals. Hier kommt die Auflösung. Heißt er nicht so? Noch. So, das ist Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Ich war ja zu spät. Das war leider falsch, deswegen erhält der Gegner einen Punkt für dich, Bedo. Beim Bart warst du viel zu spät. Thomas Gottschalk. Ich hab letzte Woche gesehen, wie hoch du verloren hast, deswegen, dass ich dich heute gewinne. Cut ab. Ist klar. Der Einwalt. So. Hier kommt die Auflösung. Wer könnte das sein? Roche Gonzalez, danke, Bedo. Richtig. Roche, wir warten immer noch, dass du kommst. By the way. Das stimmt. So, ich glaube, wir haben noch ein Bild, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir noch? Ja, da kommt es. Dieter Bohlen. Hätte ich auch gesagt. Genau, ich glaube, du warst schneller. Schon bei Superstar. Und da ist Dieter Bohlen. Wieder ein Punkt für dich, Michael. So, und ich glaube, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Madonna. Nein. Niemals. Ich hab sie jetzt erkannt. Darf ich nochmal? Leider nicht. Du kannst es aber trotzdem sagen. Karo Dauer. Das wäre Karo Dauer gewesen. Deswegen kriegst du einen Punkt, Bedo. So, wir sind durch. Ich wollte mich nicht anstrengen. Das ging heute ziemlich zügig. Und ja, große Überraschung, Bedo. Große Überraschung? Bedo hat es gewonnen. Mann, Mann, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Michael, du bekommst von uns die schöne Loser-Tasse. Kann ich mit leben, ist kein Problem. Kannst du vielleicht gleich auf deinen Flug oder auf deinen Heimweg. Auf meinem Heimweg. Auf meinem Heimweg. Auf meinem Heimweg. Ein Weg kommt, glaube ich, eher kein, wenn sie heute hin. Danke aber. Ein Käptchen trinken. Schön, dass du da warst. War sehr leid. Vielen Dank. Die Challenge bei Bedo wurde Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Ja, meine lieben Freunde, das war es eigentlich für heute Abend. Wisst ihr, was das traurig ist? Es gibt einen Grund, warum ich einen Blumenstrauß habe. Es ist zwar das Finale am heutigen Abend, aber leider ist es das Finale von Karo gewesen. Das war nämlich heute offiziell ihre letzte Challenge. Richtig. Ich heule aber nicht. Nein, das machen wir nicht. Das ist ja süß. Vielen, vielen Dank. Die Crew hat dran gedacht. Danke, danke, danke. So, das war es. Karo wird uns verlassen, leider. Und hat eine neue Herausforderung. Und umso trauriger bin ich natürlich, dass das die letzte Challenge war. Aber schön, dass wir dich kennenlernen. Vielen Dank für die Erfahrung. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und ja, bis hoffentlich ganz bald, wenn ich mal euch besuchen komme. Das hoffen wir doch. Vielen Dank, Michael. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. So, für all die zukünftigen Influencer da draußen, wenn ihr euch auf den neuesten Stand bringen möchtet, besorgt euch einfach das Buch von Michael Terhag, Influencer Marketing. Sehr wichtig. So, mein lieber Michael, ich entschuldige mich für all die Verzögerung, weil so wie es aussieht, gehst du heute zu Fuß aus. Sieht leider so aus, ja. Ja, das lag an der Niederlage. War mit Absicht. Mhm. So. Genau. Genau. Ich glaube, Michael kommt nie wieder. So viel steht fest. Meine lieben Freunde, das war es eigentlich von unserer Late-Night-Show bei BEDO. Ich wünsche euch daheim natürlich ein schönes Wochenende. Bleibt weiterhin gesund. Bleibt uns treu. Und wir sehen uns sicherlich nächsten Samstag um 21.15 Uhr bei Hamburg 1. Bis dahin. Tschüss.